Und du bist, äh, Gina? Gina. Alles senkrecht? Natürlich. Okay, hör mal zu, ich will ganz ehrlich zu dir sein. Ist verdammt lang her, dass ich mit einem Mann zusammen war. Ich hab sehr viel Zeit mit, äh, Frauen verbracht. Aber jetzt, da brauch ich zum Spielen mal wieder ein Joystick. Verstehst du, was ich meine? Äh, wie bitte? Bist du noch, als wir, wir miteinander geschlafen haben und du, du einfach in meinem Arm geholt hast? Ich spreche nicht immer von den alten Zeiten, als wir gefügelt haben. Bitte, das ist so widerlich. Lass uns nach Paris gehen. Ich würd echt wahnsinnig gern unter dem Eiffelturm mit dir füllen. Lass es, hör auf! Womit denn aufhören? Wir gehen nicht nach Paris. Wir haben uns vor ungefähr zwei Jahren getrennt, Mann. Du interessierst mich nicht mehr. Du kleine Hure.